Mit Susi Brandt. Guten Abend. Der Herbst hält mit aller Wucht Einzug im Land. Wir erleben in diesen Stunden den 1. Sturm der Saison. Auf den Brocken konnten sich Wanderer heute kaum noch auf den Beinen halten. Auf den Brocken vorerst eingestellt. Auch der Bundespräsident und das diplomatische Chor wurden heute vom Winde verweht. Frank-Walter Steinmeier höchstselbst machte heute Werbung für und in unserem Land. Und dabei wurde das Tagesprogramm in Sachsen-Anhalt natürlich etwas durcheinandergewirbelt. Wenn 96.000 Sachsen-Anhalter ihre Unterschrift unter eine Sache setzen, dann ist das schon ein deutliches Signal. Sie alle begehren gegen den Lehrermangel an den Schulen des Landes auf. Seit Mai hat eine Volksinitiative sich für mehr Lehrer und pädagogische Mitarbeiter eingesetzt. Heute wurden die Unterschriftenlisten der Landtagspräsidentin übergeben. Wie dringend zusätzliche Lehrer gebraucht werden, zeigt ein Fall aus Bad Dürrenberg. Da möchte man wirklich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Die ganze Misere dann heute Abend bei Exakt die Story. Und bei mir ist jetzt eine der beiden Autoren des Films, Isabel Hartung. Schön, dass du da bist, Isabel. Ihr habt eine ganze Zeit lang an den Schulen im Land recherchiert. Ist die Situation wirklich so, wie wir es gerade im Beitrag gesehen haben? Ja, das kann man schon so sagen. Und das belegen ja auch die Zahlen im Endeffekt. Sie sagen zwar, wir brauchen euch, aber die Rahmenbedingungen stimmen dann oft nicht. Und sie fühlen sich dann halt oft wie Lehrer zweiter Klasse. Und das ist auch etwas, was bei uns in den Recherchen rausgekommen ist. Welche Rolle spielt denn die Politik? Es ist natürlich attraktiver, eine Straße zu sanieren, dafür sehr viel Geld auszugeben und am Ende ein Band durchzuschneiden, als das Geld für Lehrer auszugeben. Was kann diese Volksinitiative wirklich bewirken? Was denkst du? Nach Unterschriften ist eine ganze Menge. 77.000, muss man dazu sagen, sind nur gültig. Da gab es eine... Isabel Hartung, exakt die Story heute. Die Angst fährt mit. Dabei war der Job des Zugbegleiters vor ein paar Jahren noch recht angesehen. Nette, informative Gespräche mit Bahnfahrern, Reisen durch idyllische Landschaften. Doch schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Angriffe auf das Bahnpersonal. Obwohl die Bahn einen eigenen Sicherheitsdienst hat. Aber der kann eben nicht überall gleichzeitig sein. Abgefahren ist der Zug für Zorn und Schröder. In der ARD vom Krimi aus Halle, der nach den Büchern von Stefan Ludwig verfilmt wurde, wird es keine weitere Folge geben. Die Quoten haben wohl nicht gereicht. Zumindest die Hallenser, die Zorn gesehen haben, sind traurig. Jetzt wird nach neuen Formaten gesucht, die in Sachsen-Anhalt spielen. Die weiteren Nachrichten des Tages jetzt im Überblick. Sachsen-Anhalt ist bei Touristen beliebt wie nie. Das hat der Blick auf das aktuelle Tourismusbarometer der ostdeutschen Sparkassen ergeben. Es gilt als eine der wichtigsten Erhebungen der Branche. Danach haben Besucher aus Deutschland und aller Welt zu einem rekordverdächtigen Plus bei Gästeunterkünften und Übernachtungen gesorgt. Ein Magnet dabei, der Urvater der Reformation. Wer im Duden nach kinderleicht schaut, liest Worte wie ohne Mühe, ganz einfach oder sehr leicht. Genauso sollten Kinder auch an Kunst herangeführt werden. Deswegen ist beim neuen Projekt der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt kinderleicht der Name Programm. Tino Wiemeyer hat mal geschaut, was sich dahinter genau verbirgt. Dankeschön, Tino. In Halle hat man aber nicht nur ein gutes Händchen für Kunst, sondern auch für Papier, wie die weiteren Nachrichten des Tages zeigen. Den Peter Lohmeyer mag ich ja sehr als Schauspieler. Seine deutschen Kolleginnen, Iris Berben und Katja Riemann, die haben ihren Kinoauftritt schon in dieser Woche. In der Verwechslungskomödie High Society. Vorher werfen wir aber einmal einen Blick in das Melodramen Das Löwenmädchen. Der 1. FC Magdeburg reitet auf einer Erfolgswelle. Seit sechs Spielen in Liga 3 ist der Klub ungeschlagen. Übermorgen spielen die Blau-Weißen in Zwickau unter Flutlicht. Und schon am nächsten Dienstag müssen sie zu Hause gegen Tabellenführer Paderborn ran. Die bevorstehende englische Woche sieht Trainer Jens Hertel allerdings ganz gelassen. Gas geben wollen auch die Ruderer bei der Weltmeisterschaft in Florida. Deswegen war das Aufatmen heute sehr, sehr groß, als bekannt wurde, dass die WM in der Nähe von Sarasota trotz leichter Schäden an der Regattastrecke durch Hurricane Irma wie geplant laufen kann. Heißt, ab 25. September kämpfen die besten Ruderer der Welt bei ihrem Saison-Höhepunkt um Medaillen. Im Nationalkader auch drei Athleten aus Sachsen-Anhalt, die derzeit mitten in der Vorbereitung im Trainingslager in Schleswig-Holstein sind. Ohne Zweifel flaut auch der Wind wieder ab. Nur wann, Susanne? Jetzt geht's weiter mit den Kollegen von MDR aktuell. Und die schauen nach Brüssel, wo EU-Kommissionschef Juncker heute neue Vorstellungen zur Einheit Europas unterbreitet hat. So soll in allen EU-Ländern der Euro gelten. Mehr dazu gleich. Und wir sehen uns morgen wieder ab 19 Uhr. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017